Meine letzte Nachricht Die Assassinen könnten sogar ganz netzig sein Athenas Mädels haben die Straßen rund um T-Bone Junction gesäubert Nicht ein Bandit ist übrig Sie hat gefragt, ob sie in den nahen Dörfern nach einer Jazz suchen darf Ich hab sie erlaubt Scheint nett zu sein Beeindruckend Wenn man bedenkt, wie ihr die Assassinen als Kinder behandelt Also damit das klar ist Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurer aus den Händen gerissen Schild eingesetzt Werf bei dir Hm, nice Vorsicht, keine Atmosphäre Vorsicht, keine Atmosphäre Ich würde sagen, die Party steigt, ne? Oh ja, oh ja, mit uns Ja, aber Nico, schau mal nach oben Ja, geiler Himmel Ah, den hab ich grad geflogen Geil Geil Das war Windows Updaten Das war Windows Updaten, wa? 1090 Schaden Was? Ja, voll aufgeladen Spezialfähigkeit Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Das war gar kein Gegner mehr da Das war einer übrig Was denn? Geld, 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 Geld Naja, stimmt auch nix rein Wtf, wie kommt man da hoch? Wtf, wie kommt man da hoch? Was zum Fick? Äh, gut, andere Seite War doch fake, war doch fail Hab nix gesagt Geld, 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 Geld Geld, 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 Geld Boah, ich muss vielleicht dann Ja, gibt's dann auch noch ein Video Weil ich will meine, äh Pistolenmoni dann hoch bollern Und wenn's Schrotze gibt, dann nehm' ich natürlich Schrotze War ja natürlich klar Ne, warte Schrotze bringt mir gar nix Oder? Ja doch, natürlich Schrotze bringt mir mega viel, Alter Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auto fällt Oh, ja Juli Musst du dir vorstellen, mit der Schrotz Oh, Fick Raketenwerfer und Sniper bekommen den Bonus nicht, ne? Ja, aber Schrotze Ne, ich mein' mit meinem, mit meinem Skill Mit dem Skill meine ich Ja, meine ich ja Ja, ich mach dann mit der Schrotze Mach ich dann halt Aimbot Und treff halt eigentlich immer So, und Äh, ich würde sagen Dies ist gerade so eine Stelle An der wir sagen Bis, äh, gleich Bis gleich Zum nächsten Mal, ne? Haut rein, Leute Danke fürs Zuschauen und so, ne? Und beim nächsten Mal wieder hier, äh Peitsch mich Oh ja Auf deinen geilen sexy Ass Oh, lol Fick dich, Alter Alter, willst du mich verarschen? Alter, was war das denn? Meine Fertigkeit Die letzte, was machst du, was macht denn die überhaupt? Mal kurz mal, schau's mal an Ich hab hier dieses Schild Moment Es lädt gleich auf Das hier Ja Kurz mal, es lädt sich auf Je mehr du drauf schießt, umso mehr Schaden macht's auf Je mehr du drauf schießt, umso mehr Schaden macht's auf Je mehr du drauf schießt, umso mehr Schaden macht's auf Und dann geh ich hin und Und Klatsch ist raus Später kann ich noch hingehen und sämtliche Attacken Also Schüsse, die drauf kommen, werden zusammengebündelt und dann zurückgeschossen Juhu Ich hab einfach Airport Wach kurz mal, ähm, ich skill grad den Zweig Ja, ich hab die Aufnahme noch laufen lassen, ne? Also, hier, so Ja, ja, fett Nikko also, ich skill grad hierώ, vergrößert bei Aktivierung in Schaden, den Aspis geworschen wird Aha Dann erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und Wachenschaden werden geworschen wird Okay, tritt kein Schwein Also Leute, bis gleich, tschuuuus Hau rein Bamm, ihr kleinen Karnacken Okay, fang doch mal an Nä, nä, kannst doch klicken Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge Bordelands 2, äh, warte mal, wir spielen Bordelands 3, nicht 2, verdammt, egal, wir zocken einfach mal weiter, Bordelands Precycle, also wir haben hier eine fette Aktion, wir müssen mit der Sprungpad benutzen, den Deadlift umnieten und den Digistruct Schlüssel benutzen und das ist voll fett und deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, weil wir da voll drauf stehen. Hast du irgendein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast, nur so? Äh, ja. Da ich mal privat Claptrap angezockt hab und Factrap ist einigermaßen gut unterwegs, hat aber so ein, zwei Vorteile. Äh, also er braucht selbst mit keinen Sauerstoff. Okay, ja gut, er ist ein Roboter. Also du kannst ja eben halt relativ lange fliegen und so, weil er halt ganz Sauerstoff braucht und so, auch fick dich, auf ihn umzuschlagen. Ja, die nerven ein wenig tief Kiecher. Und äh, zum Beispiel ist auch dieses Merschen nach unten ist über... Halt's Maul. Dieses Dash nach unten ist relativ, äh, mighty. Ja. Da drückt Schaden wie Sau. Was ist das für ein Ding da hinten? Das ist immer noch das Ding zum Aufladen, du Kanacke. So, es ist wie Sau. Da drückt Schaden wie Sauerstoff dazu. Hm. Das wusste ich natürlich. Ja. Ich wollte dich nur testen. Los, der ist immer noch richtig hart gebehindert, also muss man, muss man gesagt haben, ne? Und man kann doch ver... Los, der ist irgendwie ein Blödmann. Sonst noch ein Kind, oder? Los, go. Ich habe auf meinem Mond zu Medici's Drugschlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. What? Frauen, ne? Sie, ich verstehe dir einer. Nee. Ja, du, ja, sowieso. Ach, ja. Machst du euch wieder einen Death-Counter? Ja, natürlich. Ist ja auch Borderlands ohne Death-Counter. Borderlands. Ohne Death-Counter. Hm. Ich mache dir Schaden, wenn ich auf den rumhüpfe. Ich habe den kaputt gepeitscht. Oh, ich bin so stark. Das Death-Counter macht so Spaß. Verpiss dich, Sankt. Verpiss dich. Ich will das auf einer Tossi, was Befehlen, die mich eingebuchtet hat. Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten. Ist so behindert, dass das Ding so viel Schaden macht. Was, das Death-Counter? Ja. Ich glaube, das könnt ihr später noch ein oder andermals Arndt, den Arndt, den Arndt, den Arndt, den Arndt. Ich will das retten. Alles klar. Prepare your anus, bitch. Ja, surprise Buds-Hacks, sag ich nur, ne? Hm, nein. Fist incoming. Oh, jetzt noch eine Snapper-Kugel. Ja, Mann. Pau, jetzt habe ich keine mehr. So wenig Muni, habe ich das Gefühl. Ja, du vergisst halt, dass wir nicht bei Borderlands 2 sind, wo wir ja schon unsere Charaktere auch gedevelt haben. Übrigens, willst du auch noch wieder aufnehmen, ne? Hardcore? Ja. Da fällt mir ein, zu dem Thema Hardcore fällt mir was ein. Hardcore-Pornos. Nein. Müssten wir Thumbnails fertig machen. Stimmt ja, da war noch was. Spaß. Ja. Nein, okay, nachmachen. Deswegen hier so, ne? Also, Leute, wenn keine Thumbnails da sind, dann wisst ihr, woran es liegt, ne? Ein Juliani. Pickley hat mir schön die Backen. Juliani, die kleine Bitch. Beste Aussage von meinem Charakter. Du hast zu viel Spaß an der Sache. Oh, fick dich. Oh, die Stole schießt so geil, ey. Pam. Gönne hier, Alter. Fick dich, Handy. Nicht Handy, ähm, Telefon. Falsche Richtung übrigens nur so. Ja. Ja, dann dreh dich halt mal um, ne Bob. Ich dreh doch mit dir. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Bezeih mir, Sprungpad. War nicht so gemeint. Was zum Fick? Geruch zu der geothermischen Schaltanlage. Sieh nach, wo es hakt. In deiner Hose hakt's Mädchen. Weil Juli in der Hose hakt. Ja. Ein Halbhakt. Ah, komm. Oh, wer das? Ah, Damage. Ja. Ah, ich find's geil, dass du neu... Oh, leil. Du bist so ein Lappen, Alter. Oh, ich hab noch ein Leben. Ich hab noch ein Leben. Wuhu. Dachst du das nicht? Boah, bist du ein Kacke, ey. Natürlich schaff ich's. Du bist ein Affe. Na, komm. Alter, der ist echt badass. Ja, nicht mehr lange. Alter, ich wurde in der Luft zerfickt. Ich dachte gleich, sollte man näher an den rangehen. Fick das an meiner. Wo den anderen? Bin grad dabei. Ah, der da hinten. Das war mein Arschkopf. Überlebe ich das? Überlebe ich das? Überlebe ich das? Sieht gut aus. Boah, ich bin so gut, Alter. Keiner kann mir irgendwas hier bieten. Boah, der Juli, der ist so schlecht. Oh, du. Jetzt wird's gay. Ja, ich hol mir den badass, Gav. Haa. Fick dich. Hol mich, hol mich, hol mich, bitch. Alter. Danke, ich hab mich geholt, oder? Hab ich mich selber geholt? Du hast mich selbst geholt, ja. Ja, Handshot, bitch. Ja, Mann, Alter, der Aimbot, ähm, durch die Wand durch, wa? Ich schieß halt eiskalt durch die, äh, in die Wand rein. Weil die Ische denkt, dass da halt, ja, weil die Ische weiß, dass da einer ist. Boom, Januten. Niko, übrigens, ähm, Headshots, schießen die Blasen auf denen ihr Kopf kaputt, dann ersticken sie. Ja, easy. Da saß du, ich hab'n Sniper, ne? Komm schon, fang da hinten. Jetzt sagst du, ich hab'n Scheiß viele Revolver hier auf dem Ende des Spiel. Oh, no scopem, Alter, ballert mega messig im Spiel. Deine Mutter ballert no scopem auch. What? Mhm. Einmal ziehen. What the fuck? Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schießt, müsste das Sprung-Ped reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Klingt schmerzhaft. Ja, es tut hellisch weh. Alter, Juno, mach du das mal. Gönn dir. Ich verreck's sonst. Gut, und jetzt kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Warum sind diese Hyperion-Arsche noch am Leben? Ich väcker. Ja, das stimmt.